Hallo Leute, ja, wie spielen Bettyfield 1942 und was euch auffällt, ja, das ist ein altes Spiel, ja, das Spiel ist, glaube ich, weiß nicht, ob es noch ist, ist zum kostenlosen Download verfügbar von EA und das ist halt das erste Game der Bettyfield Serie, ja, also wirklich geil gemacht, also das Spiel habe ich schon gespielt vor zwei, drei Jahren, also das ist richtig cool, das Spiel, das bockt einfach, weil es einfach nur so einfach gemacht ist und das ist die Wake Eastern Karte, die es in Bettyfield 2 auch gibt und in 1942 auch in Bettyfield 3 und ja, also man sieht schon eine gewisse Ähnlichkeit zu der Karte, also ist natürlich jetzt nicht ganz genau das gleiche, aber es ist schon ein wenig gleich, also sie haben sich doch schon ganz schön cool dran gehalten und wir suchen mal, wir fahren mal zum Flughafen und fliegen mal Flugzeug, das ganze Game wird es wahrscheinlich nicht spielen können, weil es dann Ach, es dauert, es dauert dann ewig, ich bin tot, okay, es sind 1400 Tickets, ja, aber naja, dann gehen wir zu den Achsen, so, zu den Schnapsen, ja, und dann fliegen wir mal Heli, äh, Flugzeug, Helikopter gab es hier noch nicht, in dem Spiel, So, ok, nee, dann fahrne ich mal, fahrne ich da hin, ähm, da ist ein Flugzeug, aus dem Flugzeug, aus dem Flugzeug, so, wir suchen mal ein Flugzeug, und dann zeige ich euch mal meine Flugkünste, flowstuhquel, auf c könnte die die position also die ansicht wechseln und das ist doch schon ein bisschen schwieriger zu fliegen als als in anderen teilen weil die steuerung doch schon ziemlich hart ist oder das nicht richtig eingestellt oder so na ja scheiß drauf ich werde immer so ab und zu mal andere karten zocken also das ist jetzt kein so fettes regelmäßiges gameplay ich werde aber halt ab und zu irgendwelche karten zocken berlin oder irgendwas anderes und dann welche halt hochladen er ist tot ok stirb er tot tot renn geht hier glaube ich auch noch nicht also das team nicht mehr gespielt und weiß nicht genau wie das mit der steuerung funktioniert und dann begleiten wir uns mal zu dem platz hier hinten und versuchen da mal irgendwie flagge einzunehmen da unten ist ein panzer die steigen wir dann auch mal ein ja höhe ist ein boot ok so ja also das ist schon auch es sieht am anfang ist gewinnungbedürftig aber es ist einfach so einfach gemacht dass es geil ist ja einfach fand fantastic spiel einfach ein absoluter bettig für drei fanboy da bist du doof da steht da einer kaputt machen kann man übrigens ja nichts also denn hausend zerstören funktioniert jetzt nicht so gut wo es denn dieser blöde kacka hausENDE spaß ja hier war noch einer ich glaube die flagge haben wir dann erobert die achsen und das heißt wir fahren mal auf enden kann man die karte verringern 1 2 3 ok das heißt dann gibt es keinen punkt mehr und wir fahren da hinten hin das müsste glaube ich der strand ist das einfach ich kann es nicht oft genug sagen wie sehr die spielbock wenn ihr mit mir zusammen eine lustige runde wird die mit 1942 zusammen zocken wollt dann schreibt mir mal eine nachricht auf youtube und ich werde gucken was sich da machen lässt ok ja und das auch mit dem schießen nicht ganz so leicht weil der panzer doch schon ganz schön nach oben wackelt und ja aber am besten guckt euch das spiel mal selber an ich weiß jetzt nicht ob es immer noch kostenlos und noch verfügbar ist aber ich werde es dann in die beschreibung posten und wir sagen mal wir zocken einfach mal so ein bisschen wir haben jetzt 16.01 23. ist heute und vielleicht bis 10 nach oder so gucken wir mal so ist die flage so vielleicht über meine maus ja noch kein maus pad aber naja was soll's hier müsste doch die flage sein oder hä oder sie da unten das kann ich von uns auch nicht von uns der ist von uns so ist das ein panzer da vorne also ist die flagge unten am strand und nicht hier oben am flugfeld da unten ist da ist auch ein feind ja er ist tot ja ist natürlich hier rein in die kacke da rum steht auch noch einer ist auch von uns aber auch gerade ein flugzeug während wie die flaggen einnehmen da muss ein panzer also so die flage wird aber immer noch nicht uns auch das auch von uns so von uns hoch nahm der latmierer uns geht um ein gott naja so an fehl anlom und schnippe mit muss ich da machen lässt Wir sind hier, das heißt wir müssen da irgendwo hin, hier unten, da ist der Strand. Aber ich glaube Team Kill anders oder nicht, keine Ahnung, ja, läuft doch. Hm, scheiße, ja, genommen, ah, der lebt noch, das sind übrigens wirkliche Spieler, das ist ein Online-Server, ah, nachladen, tot, nicht tot, er rennt hier zum Boot, ey, das ist jetzt unser, ich kann übrigens noch Artillerie hier anfordern, aber ich weiß gar nicht, ob das funktioniert oder nicht, äh, mit dem Messer, scheiße, ah, fuck, ah, mein Handy hat vibriert, ich tue es mal mit der Hose, ja, ja, ein guter Pilot hier oben. Ja, fuck, was machen wir jetzt? Scheiße, man, er ist gefallen, okay. So, rennen wir mal hier irgendwie ein Panzer, okay, gekillt mit der Granate. Woher sie kamen, weiß ich nicht, woher sie kamen, weiß ich nicht, aber naja. Tot. Ah, hier steht ein feindlicher Panzer. Okay. Ah, es funktioniert, ich kann sie abballern. hoffentlich treffe ich am meisten auch kaputt, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ja, man. Scheiße. Kacke, 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 kacke. 8 zu 6. Hat doch so gut angefangen. Einer von uns. So, jooch. Jetzt weiß ich nicht, von wo die kommen. Doch, von hier. Das ist ja unser. Weißt du, ich kann mich jetzt ja hinlegen. Ah. Chihar, mit dem Chihar hat er uns genommen. Mh, naja. Mit dem Typ nenne ich Typ S. Okay, das ist auch unserer. Na, Junge. Übertreib. Nein. 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 Ah. Man. Diese scheiß Chihar. Gib auf die Eier, ey. Na ja Er ist ein Panzer Einsteigen So So Komm Ah fuck Mann mit der Bazooka Schreibt er nochmal aus Scheiße Er liegt hier hinten So hier Aber es haltet er sich Auf dem Hügel ist einer Mit der Thompson Ziemlich ein Scheiß Ingenieur Drecki tacki Das Game dauert wahrscheinlich doch ein bisschen Wir haben jetzt 100 Tickets verloren seit wir hier spielen Und ich glaube wir nehmen schon 10 Minuten auf Und eine Viertel Stunde Also da sitze ich wahrscheinlich bis heute Abend da dran So Ja ist okay Scheiß Chiha Ach nee 8.11 Uhr So komm Das sind für ein Panzer Okay Nicht einsteigen Man sieht sehr viel Ich bin so gut Ich bin so gut Ich bin so gut Fuck man Toll Komm mach ihn fertig JJ Dann kommt der gar nicht mehr hier raus aus dem Ist ja voll die Scheiße Ich sollte das mal sagen Unser letzter Respawn setzen wir jetzt mal ein Okay Ja okay Unser letzter Respawn Den wir jetzt einsetzen werden Und gucken wir mal was ich Was ich jetzt noch Hinbekomme Mit diesem Zugecampe hier Naja Ich bedanke mich fürs Zuschauen Für mehr abonniert mich Gebt meinen grünen Daumen Und ich würde mal sagen Bis zum nächsten Let's Play Battle Feet 1942 Einen schönen Tag noch Tschüss Leute